Hallöchen Freunde, was geht? Willkommen zurück hier heute zu einem neuen kleinen Projekt hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute zu einem kleinen, so gesagt, ja, spontanen Projekt von der lieben Community. Äh, ein lieber Kommentarschreiber, meine letzten Folge, ja, jetzt soll mal nochmal eine Runde Hardcore kommen. Und da einige da drunter geschrieben haben, dass es eigentlich sehr gute Idee ist und ich das mal machen soll, ähm, kommt jetzt eine neue Hardcore-Staffel und ihr wisst ja, Hardcore bei mir ist eh immer nach über 5 Folgen vorbei, aber ich versuche diesmal mal wirklich ein bisschen länger durchzuhalten, mindestens 10 Folgen mal durchzuhalten. Aber, ja gut, so, ähm, erstmal gesagt, die Staffel, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ich glaube, es ist Staffel 4. Der letzte Staffel war vor einem halben Jahr oder einem Jahr war die letzte Staffel gewesen, das ist schon sehr, sehr lange her und wir spielen auch wieder mit Shader, ihr seht auch hier Hardcore-Modus hier unten, die Herzen, ja, die Maus ist ausgeblendet, ihr seht aber unten, guckt mal, die Herzen, da sind so Striche drin, das heißt, wir werden nicht, okay, steht auf schwer, das heißt, wir regenerieren nicht, außer wir essen etwas und hier ist ein Schaf, da würde ich sagen, das töten wir gleich schon mal hier. So, ich mache mal kurz die Sounds ein bisschen höher, weil wir wollen ja auch ein bisschen was hören. Sounds auf 60, 61, so, Musik kann man so lassen. Jetzt hat man eigentlich schon ein bisschen mehr Sound, weil, ja, mein Mikrofon, ich habe es jetzt richtig eingestellt, ich hoffe, es ist jetzt so okay für euch und, ja, Leute, ich entschuldige mich auch tausendmal für Störgeräusche, weil es ist einfach so empfindlich, dieses Gerät hier. Ich höre manchmal sogar in der Aufnahme, wenn ich Kopfhörer auf habe, die Autos draußen fahren, obwohl ich Doppelverglasung in meinem Fenster drin habe und die zu habe. Da höre ich wirklich die Autos draußen fahren oder manchmal die Leute so leise im Hintergrund reden. Das ist wirklich, ähm, ja, ich muss wirklich noch was zum Absichern hier holen und ich laufe wieder wieder in der Gegend rum. Ich möchte ja etwas, ja, ich würde sagen, am Anfang erstmal ein bisschen Holz, aber erstmal noch diese Schafe, dass wir drei Wolle haben, um uns später halt eben ein schönes gemütliches Bettchen hier zu bauen. So, wir haben euch jetzt schon ein bisschen Fleisch gekriegt. Dieses Hammelfleisch, ja, ist ja neu, von, naja, ist schon seit der 1.8, glaube ich. So, äh, hier sehe ich schon ein kleines Baumbiom und das ist auch wirklich ein sehr schönes Biom. Muss ich zumindest mal sagen, zu meiner Stelle hier, also an meiner Seite muss ich zumindest sagen, das ist wirklich ein schöner Biomabschnitt. Hier ist einfach so ein kleines Wäldchen, äh, der sieht, habe ich Wonderful eingegeben. Ist mir einfach mal so ein Sinn gekommen, einfach mal Wonderful einzugeben, also Wundervoll auf Deutsch. Ja, ja, easy, easy Englisch hier. So. Also, ich erinnere mich nicht mehr so gut an die letzte Hardcore-Staffel. Äh, ich glaube, da hatten wir, ach, das war das doch mit diesem einen Zombie da. Ne, mit diesem Creeper und hier, oh, hier ist eine Schlucht. Ähm, das war das mit diesem Creeper, wo uns dann die Luft gesprengt hat, einfach nach Folge 2. Genau, das war das, die Folge 2, wo so, wo ganz kurz war und hier sind wir auf der Insel, wie es aussieht. Aber, ich würde sagen, bevor wir uns irgendwo anders hinbegeben, äh, bauen wir erst etwas Holz ab. Und, nein, Leute, dies hier ist kein Minecraft-Let's Play. Also, dies soll nicht ein Minecraft-Let's Play werden, das ist einfach nur ein Hardcore-Projekt. Weil, ihr wisst ja, Minecraft läuft ja einfach zwischendrin. Und, ja, jetzt heute hier, mir ist, mir ist auch irgendwie nichts Besseres eingefallen, wie am ersten Weihnachtstag einfach eine Folge Hardcore aufzunehmen. Passt gerade nicht zu Weihnachten irgendwie, so hartes Überleben, aber, ja gut, ich meine... Ja. Kein Kommentar. Ist es einfach, ist ja nur Minecraft. Ich sehe, da hinten ist noch eine Insel, sehe ich gerade, so ganz spontan im Sinne, äh, im Augenwinkel. Und, Alter, wie geil ist das denn? Guck mal, da oben ist so eine Höhle. Da könnte man doch reinbauen, aber ich habe Schiss, dass ich da rausfalle. Und es leckt gerade wieder. Keine Ahnung, warum. Ja, da oben zu wohnen, da wäre doch geil. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Holz, so. Und wir müssen die Map natürlich auch behalten, weil, ihr wisst ja, äh, wir haben ja jetzt diese Welt ausgesucht, haben wir auch schon gebaut. Wir haben jetzt schon ein paar MB freigeschaltet, also müssen wir auch diese Welt jetzt behalten. Bei Hexit oder so wäre es jetzt was anderes, oder bei Live in the Woods, wenn die Map scheiße wäre, wenn keine Dungeons spawnen würden oder so. Und ich würde... Ups, ich will hier nicht rein, nein, ich will hier außenrum. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal, ob wir auf den Berg hochkommen. Mal gucken, ob es da oben irgendetwas Interessantes gibt. Weil es geben ja jetzt in der 1.11 die neuen Tiere und die neuen... Der Plagegeist. Ich weiß nicht, ob es ja schon in der 1.10 gab, der Plagegeist. Aber ich sehe da oben... Sind das neue Pflanzen? Ich glaube eher mal nicht. Aber wir haben ja eh nichts zum Craften. Deswegen müssen wir erstmal hier uns eine kleine Crafting-Bench bauen. Und ja, Leute, sorry, wenn es soll, die Maus ein bisschen sehr langsam sein. Ich habe gestern... Meine liebe Maus hatte ich gestern verabschiedet. Ja, meine Gaming-Maus. Ich habe jetzt hier so eine 5 Euro Funk-Maus zum Notfall hier angeschlossen. Also passt gar nicht zu mir, aber... Deswegen, ich muss demnächst wirklich dringend einen Media Markt, wenn er wieder auf hat. Und dann einfach mir eine neue Maus kaufen. Eine Gaming-Funk-Maus. Weil Funk-Maus ist am besten. Da habe ich nicht diese scheiß Gekabels immer hier drauf. So, und wenn wir uns jetzt hier hochbauen, dann fällt mir gerade ein, kann man auch schön hier schon das Stein abbauen. Also hat man jetzt schon ein bisschen Stein hier in den Ressourcen drin. Und kann dann wirklich, äh, ja, sich später schon ein steiniges Schwert bauen. So, jetzt sind wir auch schon hier oben. Äh, ich muss sagen, eine schöne Aussicht hier. Und da hinten ist die Schlucht, ja. Und hier sind wir jetzt hier oben auf dem Gipfel. Und, Alter, das ist wirklich sehr nice hier oben. Ich muss sagen mit... Oh, da hinten geht es weiter. Okay, das ist doch keine Insel. Ähm, ich muss sagen mit Shader ist es hier schon eine geile Map. Also wenn ihr diese Map haben wollt, einfach Wonderful eingeben. In der 1.11.2. Dann dürft ihr eigentlich genau die gleiche Map haben wie ich. So ist das, glaube ich, auch mit den Seeds, dass man dann genau die, fast die gleiche Map hat wie ich. So. Ja. Kürbisse. Äh, ich nehme hier mal einen mit. Ich mag die Dinger eigentlich. Ich mag die Dinger sehr. Ja, und hier ist ein Stück, ähm, ein Stück Scheiße in der Luft, sage ich einfach mal. Und, äh, hier sehe ich wieder so ein ödes Land. Aber hier ist wieder... Oh, da hinten sieht's... Da ist wieder Wald. Das ist ja gut. So, ich bin mir einfach mal hier runter. Wir haben mal ein bisschen... Bumm. So, ich meine, wir haben ja eh zu essen. Wir können ja was essen. Dann regenerieren wir ja gleich wieder. Ich meine, Leute, das war jetzt wirklich ein Notfall hier. Das da runter zu gehen war jetzt wirklich ein sehr großer Notfall. So, wir haben schon wieder regeneriert. Seht ihr? Und ich renne auch jetzt extra nicht. Weil ich möchte ja sehr viel Essen sparen. Und ich mache mir mal kurz wieder eine kleine Axt. So. Damit wir viel mehr Bäume abfällen können. Und auch, ich gehe zur Werkbank. So. Äh, dann hole ich jetzt hier mal ein bisschen Holz. Weil wir wollen ja... Ja, ein bisschen... Uns so langsam zu einem Häuschen begeben. Und ich glaube, jetzt bei dem Hardcore ist es eigentlich scheißegal, wo wir bauen. Wir wollen ja einfach nur überleben. So. Gut, dann sehe ich da hinten noch einen Baum. Da gehen wir da auch noch schnell hin. So. Schnell wieder Wind. Schnell wieder Blitz. Keine Ahnung. Und mir fällt gerade ein, ich denke, Ich nehme gerade einen Fenstermodus auf. Ich, blöd, Mann. Ich nehme gerade einen Fenstermodus auf. Das ist mir... Hä? Lol. Leute, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Tut mir wirklich sehr leid. Wenn jetzt sollte da unten so ein Banner sein. An dem Videorand. Hä? Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich den Fenstermodus aufnehme. Ach du Scheiße. Wie unprofessionell. Naja. Okay. Gut. Ähm. Nächste Folge ist es behoben. In der nächsten Folge ist wieder Vollbild. Jetzt ist da unten so ein kleiner Banner wegen dem Komprimierungsmodus. Ähm. Ja. Tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. So. Also wirklich tausendmal sorry. Ja. Wegen dem Banner jetzt. Ich hab gewusst, dass ich irgendwas vergessen habe vor der Aufnahme. Ich hab's gewusst. Weil eigentlich mach ich immer Vollbildmodus vor der Aufnahme. Weil Minecraft immer im Fenstermodus bei mir startet. Also startet immer im Fenstermodus. Aber bei einigen geht's ja gleich in Vollbildmodus bei mir nicht, weil ich's so eingestellt habe. Weil wenn ich normal Minecraft spiele an der Let's Show-Welt und so. Äh. Dann hab ich immer im Fenstermodus. Weil ich dann irgendwie im Hintergrund Musik gelaufen habe und so. Hab ich jetzt im Moment nicht. Weil ich irgendwie diese Musik nicht steuern kann. Also ich hätte schon lange eine Playlist gehabt. Also. Ja. Ich muss noch irgendwie da ein bisschen rausfinden mit der Playlist. Und ja. Das alles zu downloaden dauert ja auch Zeit. So eine 2 Stunden Playlist dauert bei mir bestimmt einen halben Tag. Das ist wirklich. Ja. Scheiße. Wegen meinem Internet. Aber. Äh. Äh. Videos laden zum Glück schnell hoch. Weil YouTube hat wirklich im Moment einen schnellen Server wieder. Und deswegen laden die auch wieder gut hoch. Und. Ja. Hier ist auch mal angemerkt Leute. Ähm. Einige haben geschrieben. Dass die Videos irgendwie. Wenn die Leute es gleich nach Veröffentlichung gucken. Dann schreiben da einige. Warum nur in 360p. Hä. Sashi. Du nimmst doch eigentlich immer in Full HD auf. Ja. Das ist. Ähm. Das habe ich schon öfters gehabt. Das ist. Wenn einfach. Der Server. Irgendwie. Ein bisschen überlastet ist. Und einfach das Video nicht richtig skaliert. Sagen wir einfach mal so. Das heißt. Dann dauert es so eine halbe Stunde. Und dann kann man das Video erst in Full HD gucken. Dann hat es YouTube erst. So gesagt. Gerendert. Nach dem Hochladen. Jetzt noch kurz überarbeitet das Video. Und dann kann man das in Full HD gucken. Aber. Meistens ist es so. Dass man es gleich gucken kann. In Full HD. Gut. Ihr wisst Bescheid. Und. Ähm. Wir müssen dringend. Ich würde sagen. Leute. Da hinten ist doch eine geile Insel. Guck mal. Da gehen wir jetzt hin. Wir müssen wirklich dringend. Äh. Etwas finden. Zum Schlafen. Und. Ich würde sagen. Da eignet sich doch hier so ein kleines Strandhäuschen wirklich sehr gut. Oder? Eigentlich eine ganz gute Idee. Muss ich sagen. Zu meinem Teil. Ja. Ich und mein Teil immer. Alter. Letztens war es. Äh. Was war es immer? Ich weiß nicht mehr was es immer war. Ich habe mir doch immer etwas angewöhnt. Irgendwas zu sagen. Äh. Was war denn das? Ich weiß nicht mehr. Aber jetzt habe ich mir angewöhnt. Ich zu meinem Teil zu sagen. Naja. Gut. Vergessen wir es. Naja. Die Helligkeit kann man jetzt nicht einstellen. Wir haben ja keine Kohle. Ich habe gewusst. Dass ich irgendwas vergessen habe. Ich habe es gewusst. Aber wir bauen uns erstmal ein kleines spontanes Hüttchen hier hin. Sorry Leute. Wenn es jetzt sollt. Wirklich ein bisschen dunkel werden. Aber wir müssen jetzt erstmal ein kleines spontanes Hüttchen hier hinbauen. Hoffentlich spawnen schon die Monster. Monster. Hallo. Keine Monster. Okay. No Monster. Aber die kommen gleich. Die kommen gleich. 100 pro kommen die gleich. Ja müssen sie ja. Steht ja auf schwer. Und auf schwer spawnen glaube ich viel mehr Monster. Die sind doch glaube ich ein bisschen stärker oder so. Weil eigentlich spiele ich ja immer auf normal oder auf easy. Aber jetzt ist es nicht einstellbar. So. Deswegen sind wir hier hinten noch. Guckt mal hier. Müssen wir jetzt noch das weg machen. Weil die Monster können ja auch springen. Deswegen kann man das hier. Machen wir das einfach mal schnell weg. So. Dann können die auch hier nicht rüber kommen. Außer Spinnen. Aber Spinnen. Ja. Dass die hier spawnen ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Dass hier ein Creeper oder irgendwie ein Zombie spawnen ist wirklich sehr wahrscheinlicher. Weil Spinnen. Können die schwimmen? Ich weiß nicht ob Spinnen schwimmen können. Ja. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ob Spinnen wirklich. Naja gut. Da wird jetzt keiner drüber hopsen. Ich meine so ein Chamba sind die auch gerade nicht. So. Machen wir das hier. Dann machen wir mal den hier. Den hier. Den hier. Und den hier. Und dann machen wir den hier. Und dann setzen wir das Bett einfach mal hier hin. Und gehen mit unserer Achse in der Hand bewaffnet schlafen. So. Ganz sicher schlafen hier. Vor Einbrechern. So. Schöner Morgen. Die Morgensonne leuchtet uns hier auf den Deckel. Alter wie geil das aussieht. Geile Grafik. So. Ja. Jetzt heute wollen wir ja unser. Also am nächsten Tag. Bauen wir jetzt unsere Häusen hier ein bisschen aus. Äh. Deswegen würde ich sagen. Machen wir hier die Tür rein. So. Den Boden. Och den lassen wir einfach aus Sand. Vorsichtshalber mal aus Sand lassen wir den. So. Und. Wo wir die letzte Staffel Hardcore gemacht haben. Da gab es noch keine Dreier-Stack-Türen. Also so lange ist es wirklich schon her, Leute. Und ich spiele jetzt extra im Default-Texture-Pack. Dass es nicht zu verwechseln ist mit dem Minecraft-Let's Play. Es ist die gleiche Version, wo wir unser Minecraft-Let's Play machen. Deswegen spiele ich Hardcore extra im Default. Und Minecraft in diesem JL-Craft-Texture-Pack. Gut. Nur, dass es jetzt geklärt ist. Also ich möchte hier keine Verwechslung oder so einbringen. Deswegen spiele ich das jetzt extra hier im Default. Was ist denn das? Ein Strandloch. So. Dann holen wir noch ein bisschen Holz. Weil wir wollen ja mal ein Dach haben. Weil wenn es regnet, Leute, werden wir ja nass. Und das ist ja nicht schön. Und das auch jetzt hier ein bisschen Robinson Crusoe-Style. Hier im Hardcore-Modus. Weil, Leute, ist es so wie im echten Leben jetzt. Wir sind gestrandet. Wenn man stirbt, ist man tot. Fertig. So ist es auch jetzt hier in Minecraft. Eigentlich ist es ja so, wenn man stirbt in Minecraft, dann wird man ja wiederbelebt. Egal, da wo man jetzt gespawnt ist oder wo man gepennt hat, wird man ja wiederbelebt. Aber hier ist es jetzt so, dass man, wenn man stirbt, dass die Welt gelöscht wird. Ich glaube, jeder weiß, was Hardcore ist. Viele YouTuber haben schon Hardcore gemacht. Auch ich. Schon drei Staffeln jetzt. Ist ja, glaube ich, schon die vierte oder fünfte Staffel. Ich weiß es nicht. Ich will versuchen, dass das hier mal die längste Staffel wird. Weil ich bin im Moment schon, naja, ein bisschen besser geworden wie vorher in Minecraft. Also mit Sachen Kämpfen und so. Nicht wie ein Creeper. Ich weiß jetzt, dass man einen Creeper nicht mit einem Steinschwert mit drei Schlägen kaputt kriegt. Das weiß ich auch schon mittlerweile. Nicht so wie in der letzten Staffel. Ach du Gott, das ist eine Spinne. Aber die machen ja über Tag nichts. Stimmt. Ich dachte gerade, die Spinne will uns hier irgendwie attackieren oder so. Gelle Spinni. Wollen wir sie töten? Hä, die tötet uns. Hä, die greift uns an. Lol. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die uns angreift. Weil Spinnen ja eigentlich über Tag friedlich sind. Aber ich glaube, das liegt einfach am Hardcore-Modus. Lol. Okay, das war jetzt wieder ein Mini-Fail hier. Einfach die Spinne angeguckt und die haben sie einfach angegriffen. Ja. Toll. Okay. Kann man nicht vermeiden. Deswegen machen wir uns erstmal einen schönen Ofen. Aber vorher muss ich Kohle haben. Das stimmt. Kohle muss ich haben. Komm, wir machen es einfach Holzkohle. Genau, wir machen es einfach Holzkohle. Na, toll. Müssen wir den Rest hier mit der blutigen Hand abbauen. So. 4, 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott, es reicht genau, Leute. Oh mein Gott. Es hat genau gereicht. So. Gelangt, gereicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Ein bisschen Holzkohle. So. Und dann würde ich sagen, machen wir noch kurz hier unser Läuschen weiter. So. Wir haben ja auch hier genug Sand. Also. Ja, kleines Rätsel, Leute. Wo ist hier Sand? Ich sehe gar keinen Sand. Hä? Nee, Spaß. Äh. Hier ist ja ganz... Hier ist ja viel Sand. Wir sind ja hier in der Wüste. Guter Witz. Ja. Witz muss immer sein hier am Rande. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir machen hier... Nee, das ist jetzt zu tief, die Decke. Na, die Decke war zu tief. Komm, bauen wir das gerade mit der Hand ab. Na, was habe ich denn da jetzt gemacht? Schacht, das wäre schon weg. Naja. Gut. So. Einmal. Nee, hier muss es hin. Dann so. Genau. So bauen wir hier immer unser Haus. Also, wer damals auch das 1.9 und 1.10 letztendlich geguckt hat, der weiß, dass wir so immer unser Haus gebaut haben. Und die Decke machen wir aus Glas. Wie immer. Kennt mich ja. Mit meinem Rustikal-Style hier. Jetzt haben wir hier noch schöne... Decke. Und hier haben wir jetzt 3 Holzkohle. Das ist gut. Nämlich, da benutzen wir jetzt die 3 Holzkohle, um unser Fleisch erstmal einzubraten. So. Sehr schön. Gut. Dann können wir ja in der Zeit, wo das jetzt mal... Nee, wir sind schon bei 16 Minuten. Ähm. Also würde ich sagen, Leute, in der nächsten Folge gehen wir dann einfach ein bisschen auf Ressourcenjagd. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge Hardcore jetzt gefallen, nach langer Zeit. Also, mir hat es sehr gut gefallen wieder, mal wieder ein bisschen Hardcore hier zu spielen. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst du mir immer einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich natürlich wie immer für das herzliche Zuschauen. Dann würde ich sagen, schaut euch einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Minecraft Hardcore. Und bis dahin, haut rein, Leute. Und jo, bleibt gesund. Ciao, Leute. Haut rein. Dann. Auch seht ihr zusammen. Vielen Dank.